So, Maxi wird jetzt über diese Rampe mit dem Longboard drüber fahren, Alter. Okay, leg los! Warten. Okay, er musste warten. Boom, 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 boom! Boom, 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 boom! Go, go, go! Go, 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 go! Jetzt, ja, schaffen! Ah! Mhm. Oh! 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 Alles hat Platz! Oh! Boah, Maxi, lass mich mal nochmal, okay? Ja, los geht! Ja, das war gut! Hab! isti! Na,派对! cord t patron doesn'tCan씨 Hallo! Na, ha hi! able to Oh! wel, taking root of the people are doing there as well 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 as well. Hola, Te. Versuch. Wenn ich los sage, nein! Hast du mit alles geblüht? Oh! Der Wasser ist normal, ne? Oh! Vielen Dank. Das war meine Idee, du hörst! Das war meine Idee, du hörst! Das ist jetzt so ein Klettergerüst. Hier ist ein Berg. Den Berg, den fahren wir jetzt runter. Haha, ein Null-Eimer! Das ist so eine Frisbee-Scheibe. Ja, also jetzt auf dem Display sieht es nicht so extrem aus, aber in Wirklichkeit ist das richtig, richtig hoch. Ja, es ist ein Berg. Was ist hier? Soll ich erstmal mit meinem Lungenboot als Testo runterschleudern? Oder sollen wir direkt runterbrettern? Okay, jetzt muss ich meinen Lungenboot dran glauben. Haha! Hey! Das war wirklich schlecht. Jetzt fahr ich damit dran. Maxi fährt jetzt. Das Lungenboot ist nicht ganz oben angekommen. Maxi fährt jetzt unten angekommen. Das ist immer noch der gleiche Berg. Um zu demonstrieren, wie hoch es ist, laufen wir jetzt mal hoch. Haha! Jan! Du bekommst mich hoch, oder? Ja! Jan ist jetzt da. Und ich bin bis hier unten. Jaha! Hahaha! 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 Wie das geil ist! Hahaha! Hahaha! Hat die richtige Mauelt, was? Hahaha! Pass auf meine Jacke auf, bitte! Ah, das tat richtig weh. Oha. Okay, ich habe nicht mehr viel Prozent auf meinen Akku. Ich bin viel Lade. Deswegen müssen wir uns jetzt ein bisschen beeilen. Ich hoffe, wir schaffen das noch. Wir machen jetzt noch einmal das. Und danach wollten wir noch mal die Steine runterfahren. Vielleicht schaffen wir es ja noch. Okay, deswegen fangen wir jetzt auch schon sofort an. Dann soll ich die Steine gleich im Sitzung oder Steine runterkommen? Stehen lieber. Okay, mach. Ich mach mal im Sitzung. Okay, ich mach im Stehen. Jetzt. Okay, ich kann filmen. Was soll jemand? Nein. rein ja, das war's unserem kleinen Video ich hoffe es hat euch gefallen ja, liked es abonniert uns abonnieren nicht vergessen ja, vielleicht teilt ihr es ja auch bis zum nächsten Mal